Ich glaube nicht mehr, ne. What?! Der hat den Nowat?! Was?! Was?! Oh Mann! Ich hasse Nowat-Spieler! Der wird mich doch zu Tode campen! Und ich hing nicht einmal! Oh, er geht weg! Oh mein Gott, ich hoffe für die Andere, die... Was macht die? Was macht die Andere? Ja, Nowat, Alter, Nowat. Ja, man. Wolfi, alle haben Nowat. Oh, sie macht nicht. Nowat, okay. Die trinkt den Pfarrer auf dem Rücken! Oh mein Gott, no. Yo, that hard. Die schafft das nicht, oder? Ja, klar. Und jetzt... Und jetzt hätte ich gerne Deliverance. Weißt du? Das Ding ist halt, die ist verletzt. Sie kann kein Hinzmerker sehen. Das ist richtig. Sie hat Borrowtime, Balance Landing, Iron Will und Adrenalin. Adrenalin?! Warum ist die denn verletzt? Ach, die war auf dem Boden! Nein, 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 lass das, lass das, lass das, lass das! Das schaffst du nicht! Ich hab gesagt, das schaffst du nicht! Was?! Was war das denn gerade? Ich bin runtergekommen! Hast du dich selbst befreit, oder? Ja! Ich musste, das war meine letzte Sekunde, in der ich die Chance hatte. Junge, ich bin gerade runter vom Hagen gekommen, aber... Oh, kleine Bitch, Alter! Schissen ist nur, ey! Die Adrenalin hat mich gepumpt, ich hatte Glück beim... Was soll das denn? Was soll das denn, Morris mich wetten? Naja, der denkt, ich hab Decisive! Junge, Decisive hätte schon längst gekickt! Vor allem, du bist nicht mehr auf Session, deswegen kannst du dich rauslosen. Junge, nein, nein, er lässt mich runter! So kommst du schneller runter! Ja, aber ganz ehrlich... Jetzt ist die Frage, wo die... Dings, das Hedge? Ich versuche mal mit dir zu hören. Mit der geilen Actionmusik unter uns. Ich trau' dem Kerl nicht! Ich trau' dem Kerl nicht! Keine Sekunde! Was machst du? Ja, ich geb' dir noch die Punkte! Ich trau' dem Kerl nicht! Keine Sekunde! Was machst du? Alles klar! Müssen nicht! Wer kriegt Punkte dafür? Ich krieg' Punkte dafür! Wenn die Pellet schon da war! Ah, stimmt! Die letzte, die ich übersehen habe! Ja... Ah, ich hab sogar mal ne Challenge geschafft! Und was war der? Der war... Rank 12! In fact is free, corrupt, spice from the shadows! Das ist ein Naulat, Alter! Scheiß Naulat, ey! Nn? Das ist Russisch! Oder irgendwas anderes! Das ist das, ähhhh... Russische Gigi! Gigi! Gigi, bludö! Ne, keine Ahnung... Ah, der hat nen Kuchen gehabt!